Ich werde dich finden. Das waren die letzten Worte, die ich zu dir gesagt habe. Aber dann... Naja. Das Leben und das Ende der Welt hatten andere Pläne. Schön, dich kennenzulernen, Gaz. Ist Ihnen klar, was da draußen los ist? Es herrscht Krieg. Wir kämpfen gegen das Aussterben und wir verlieren. Bis jetzt. Für diese Heilung benutzt er unsere Kinder. Das Heilmittel. Es erfordert eine etwas... unkonventionelle Zutat. Ich habe keine Angst vor dir. Sie brauchen uns. Wir werden sie befreien. Uns läuft immer mehr die Zeit davon. Und jeder kann der Nächste sein. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Juhu! Schnuppe, wie weit oder wie schnell du läufst. Du wirst nirgendwo mehr sicher sein. Die Seuche ist euer Feind. Und nicht wir! Versprich mir, dass ihr sie erledigen werdet. Ich versprich's. Was auch geschieht, ich werde es nicht brechen. Feuer! 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 Der Junge ist vielleicht unsere einzige Hoffnung. Schnell, schnell, schnell. Die Seuche ist ein großer Berge. Die Seure. Untertitelung des ZDF, 2020